Ja, ich habe euch hier die K20 Parcours mitgebracht, die kleine Schwester der K80. Jetzt auch verlötete Läufe, sehr schlanker Systemkasten und hier haben wir natürlich den Vorteil durch die verlöteten Läufe, dass sie sehr leicht und führig ist, gerade dann auch für die Niederwildjagd, aber genauso für Jägerinnen oder auf dem Parcoursstand um rundherum zu schießen. Standardmäßig ist sie mit halb und dreiviertel gechokt, gibt es in 20er und 28er Kaliber, kann aber genauso auch mit Wechselchokes ausgeliefert werden. Genau, hier haben wir sie jetzt in der Variante mit Sovereign-Scroll-Gravur und einem besseren Schaftholz und 81 cm Lauflänge. Gibt es aber genauso in der 76 cm Lauflänge auch. Preislich liegt sie bei knapp 11.000 Euro und nach oben hin kann man sich da ausleben und seine Waffe individuell gestalten, wie man es denn gerne möchte.